Und machen wir jetzt den All-Star-Day auch noch und zwar mit unserer 3-on-3-Challenge in Mixed-Teams und zwar mixed mit einem Spieler, mit einem Coach und jemandem aus dem Backoffice. Das hat richtig Bock gemacht und so sah das Ganze aus. Das ist die Frage. Easy, no switch, ich habe ihn. Oh, oh! Oh, ja, wir sind ein-on-one down da. Wir sind ein-on-one down da! Wir sind ein-on-one down da! Wir sind ein-on-one down da. Rebound! Das ist ein Terrible job boxing out. Wir müssen das jetzt auf das für euch. Rebound! Yeah, offensive Rebound. Let's go with some sprints out of this game. Oh, yeah. Sorry. Oh, yeah. Oh, yeah. Flamingo! Take it home. Flamingo! Hey! That's actually the Druid. Good job, Joel. Jolle! Ja, wenn unser Assistant Coach Jolle trifft, dann drehen sogar Lucha und Freddy durch, wie ihr gerade gesehen habt. Und wir wollen euch jetzt auch eine kleine Freude machen. Und zwar mit diesem handsignierten Trikot von unserer ganzen Mannschaft. Das kann bald bei euch im Schrank hängen. Und zwar, wenn ihr dieses Video liked und den Kanal abonniert. Und mit ein bisschen Glück, ihr habt das Ding bei euch. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Good defense. Oh, yeah. Rebound! I think that Emacs is taking a little bit too seriously. Yeah, yeah. He wants to score every time. Just like when he was a player, he would not pass the ball to anybody. Hey! Passed the ball to somebody already! We just play it. Look, he's gonna shoot it again. Oh, yeah. Oh, yeah. Where to put the money? I got you. Oh! Yes! Good pass. Good pass. Good pass. Cut, cut, cut. I got you. Yes! Oh, yes! We got the cutting clinic by the red team here. Absolutely not. Oh, he's gonna pass it. He's gonna pass it. Yeah, like Kelly is. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Going first. All right. By yourself. Good move! Oh, man. That's what we were waiting for. It's a clinic. Oh, fuck. Well, we'll switch it. That's fine. You don't want it. Exactly, yeah. Good job. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Nice catch. Hardball, hardball. Pick and pop. Go screen. There you go. Oh, yeah. Yes. Hey, somebody guard that man. That looks like 31 if you ask me. 76. Oh, yeah. Screen. Oh, great pass. Great pass. Great pass. Play defense. Play defense! Seven-seven. 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 I can try to do something. I can try to do something. Yep. Oh, back screen by Jole. Bravo, Jole. There he is. Bravo, Jole! There he is. Bravo, Jole! Oh, yes. Nice pass. That's great basketball. Three seconds. Three seconds. Three seconds by me. Ain't it? Three! Three. Oh, I got it. Eight-eight. Yep. 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 Wow, it's a bishop. Hey, White could play highlight basketball, score the ball. Come on. Play defense, Rimac. Play defense. Play defense. The Rimac play deep. Oh! 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 Anybody keeping the score? Yeah, that's terrible. That's terrible. That's terrible. Game to 11, right? Game to 11. Oh! 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 Okay! Away! Bravo! Hey, guys! Und das war ja auch schon, der erste FCBB All-Star Day. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr es fandet in den Kommentaren. Dann können wir das Ganze vielleicht für eine zweite Runde im nächsten Jahr nochmal anpassen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bald hier im Audi-Dom wieder. Macht's gut.